Hallo Spielkult-Freunde, auch am 4. Adventswochenende begrüße ich euch wieder herzlich zu unserem neuesten Weekly, wie immer mit allen Neuigkeiten. Und los geht's! In den letzten Tagen, neu von uns getestet, Iki, da reisen wir zurück ins Japan der Edo-Zeit. Eben in Edo, heute Tokio, wurde im Stadtviertel Nyonbashi Handel getrieben. So sehen wir auf dem Spielplan die Hauptgeschäftsstraße mit Läden und Ständen auf beiden Seiten. Um uns mit unserer Oya-Kata-Figur gegen den Uhrzeigersinn in einer Art Rondell von Ort zu Ort zu bewegen, bedarf es zunächst eine Platzierung der Ikizama-Figuren, die die Bewegungsweite bestimmen. Im eigenen Zug kann dann Einkommen generiert oder ein neuer Händler etabliert werden. Der wird mit einer eigenen Kubun-Figur markiert und liefert zunehmend bessere Erträge, je mehr er an Erfahrung durch die Nutzung anderer Spieler oder die Umrundung des Spielplans gewinnt. Am Ort angekommen kann dann der Laden und einer der maximal zwei dort befindlichen Händler genutzt werden, um Ressourcen zu generieren. Wir benötigen Reis zur Ernährung, Holz und Gold zum Bau von Gebäuden. Vor allem brauchen wir aber auch einen guten Brandschutz, denn mehrmals im Spiel wütet in den verschiedenen Jahreszeiten ein Feuer, das Händlerstände und Gebäude zerstören kann. Wir kaufen Tabaks, Pfeifen und Beutel, wir kaufen Fische und sammeln in Rente gegangene Händler an unserem eigenen Spielerboard, denn dafür gibt es am Spielende auch noch Set-Collecting-Punkte. Ikea hat seinen Ursprung bereits im Jahr 2015. Im Jahr 2022 erschien es dann in komplett überarbeiteter Optik, auch in deutscher Sprache. Die Optik, überhaupt die ganze Ausstattung des Spiels, ist wirklich sehr gelungen. Spielerisch scheint es sich zunächst um gewohnte Kost zu handeln. Wir sammeln Ressourcen, errichten damit Gebäude, erleben kleine Engine-Bildereffekte, Bonuswertungen für Mehrheiten für Sets, alles irgendwie irgendwo schon mal gesehen, ja und doch wirkt Ikea erfrischend anders. Taktisches Herzstück sind die Erfahrungsleisten der Händlerkarten, die uns zu immer mehr Erträgen führen, ja sogar zu dauerhaften, wenn ein Händler in Rente geht, also seine Erfahrung aufs Maximum gesteigert wurde. So ist manchmal durchaus der eigene Wunsch, das schnell hinzubekommen, andererseits liefert aber jeder Händler auch noch eine eigene individuelle Aktion, die nur am Aktionsort genutzt werden kann und so kann es auch mal ein taktischer Kniff sein, die Erfahrung eines gegnerischen Händlers so zu steigern, dass der Besitzer die Aktion eben nicht mehr verwenden kann. Taktische Interaktion entsteht bereits beim Platzieren der Ikizama-Figuren. So ist die Position auf der Brandschutzleiste nicht nur für den Schutz vor dem Feuer von Bedeutung, sondern auch bei der Entscheidungsfreiheit, was die Bewegungsreichweiten angeht. Die sind zwar grundsätzlich manipulierbar, trotzdem ist es immer vorteilhaft und günstiger, eine freie Auswahl zu haben. Durchs Feuer kommt dann auch noch eine kleine Glückskomponente ins Spiel, aber die ist grundlegend planbar. Alles in allem gefällt mir das Gesamtkonzept wirklich sehr gut, sodass ich auch sehr gute 8 Kultpunkte vergebe. Eine eigene Videoreview findet ihr auf unserem Kanal. Das große Quiz der vergessenen Wörter lässt uns in sprachlichen Erinnerungen schwelgen. Auf insgesamt 75 Quizkarten finden sich verschiedene Aufgaben zu über 300 Begriffen, die im heutigen Sprachgebrauch kaum bis gar nicht mehr zu finden sind. Mal müssen Definitionen gefunden, mal Zuordnungen gemacht, mal die richtige Antwort aus mehreren Antwortvorgaben gesucht werden. Auch noch den veralterten Wörtern für heute wie selbstverständlich verwendeten Anglizismen wird hier gefragt. Aber Vorsicht, Spielregeln gibt es keine. Ein Quiz wird definiert als unterhaltsames Frage- und Antwortspiel. Ja genau, das findet man auch in dieser praktischen Schachtel. Die Fragen auf den Karten sprechen vor allem diejenigen an, die Spaß haben an der deutschen Sprache. Interessiert sind an ihrer Entwicklung. Zapperlot, schockschwere Not, Potsplitz, da gibt es so manches Wort, das man neu, vielleicht sogar zum ersten Mal entdecken kann. Ja, warum jetzt keine Kultpunkte? Na, weil das Spiel kein Spiel ist, wie wir es hier sonst bewerten würden. Es gibt keinerlei Spielregeln, also keine unterlegte Spielidee. Die Fragen, die hier spielerisch an alte Zeiten erinnern, hätten ebenso gut in Taschenbuchform veröffentlicht werden können. Mühe hat man sich dennoch gemacht. Und wie gesagt, für die Zielgruppe sind das zumindest kurzweilige Momente, alle Karten und Begriffe nach und nach zu entdecken. Clever Forever ist der nun bereits vierte Teil der ganz schön Clever Roll-and-Ride-Reihe. Das bekannte Spielprinzip ist unangetastet geblieben. Der aktive Spieler würfelt insgesamt dreimal und legt stets einen Würfel für sich heraus, um im entsprechenden Farbgebiet Zahlen oder Kreuze einzutragen. Niedrigere Augenzahlen kommen auf Silbertablett, von dem die passiven Spieler dann am Ende des Spielzuges auch einen Würfel auswählen dürfen, um damit ihrerseits eine Zahl oder ein Kreuz aufs eigene Platz zu bringen. Wie immer erwarten an vielen Stellen Boni, sodass erneut die beliebten Kettenreaktionen möglich sind. Zudem gibt es neben den fünf neuen Farbbereichen und ihren eigenen Regeln auch einen neuen Joker, der die Würfelzahlen auf dem Silbertablett abändern kann. Ach ja, die Clever-Reihe ist ja für mich immer noch das beste Roll-and-Ride. An Teil 3 hatte ich die mittlerweile vielen Restriktionen kritisiert, die mir meine Entscheidungsfreiheiten doch stärker eingegrenzt haben, als es in den ersten beiden Titeln der Fall war. Der hier gezeigte Teil 4 macht das nun wieder besser. Zahlen und Kreuze lassen sich fast immer eintragen, ob sie allerdings zu neuen Highscores führen, das hängt zum einen vom Würfelglück, zum anderen aber auch von der eigenen Taktik und einem guten Timing ab. Ganz klar, das Spiel besitzt eine Lernkurve. Während Neulinge schon mit 200 Punkten mehr als zufrieden sind, werden erfahrene Spieler auch 350 Punkte oder mehr machen. Am besten finde ich das Spiel im kompetitiven Modus zu zweit, da hat man den meisten Einfluss. Zu viert wird der geringer und zudem die Wartezeiten höher. Solo funktioniert clever forever, auch wieder bestens. Letztlich geht es einem ja doch meistens darum, einfach den Highscore zu knacken und da entsteht wieder ein schöner Suchtfaktor. Wenn gleich die Grundidee jetzt mit Teil 4 nicht mehr ganz so innovativ wie anfangs ist, so vergebe ich auf jeden Fall doch wieder starke 8 Kultpunkte an den neuesten Sprösslingen der Reihe und wenn ihr Fans dieser Serie seid, dann dürft ihr sogar noch einen Punkt drauf rechnen. Vielleicht habt ihr schon gesehen, auf unserem Kanal findet ihr auch eine eigene Videoreview mit allen Regeln. Coco Crazy ist die Neuauflage des bekannten Kinderspiels aus den 90er Jahren. In den Kokosnüssen werden die Affen versteckt, nach Farben sortiert. Die geschlossenen Kokosnüsse werden dann auf dem Spielplan ausgelegt und dann wird drei umgewürfelt. Je nach Würfelergebnis wird der Würfler nun zwei Kokosnüsse vertauschen, um Chaos zu stiften. Alle dürfen spicken und sich die Farbe der Affen in einer Nuss anschauen. Vielleicht wird auch der Spielplan um eine Vierteldrehung gedreht oder der aktive Spieler darf einen Tipp abgeben, welche Farbe sich in einer Kokosnuss befindet. Stimmt der Tipp, gibt es den Affen in den eigenen Vorrat und wer von jeder Affenfarbe eine Figur gesammelt hat, gewinnt. Christoph fühlt sich direkt in die 90er Jahre zurückversetzt. Retro ist in, nicht nur im Fernsehen. Dem Spiel merkt man an, dass es nun schon 30 Jahre auf dem Buckel hat, denn neuere Kinderspiele sind dann doch meistens etwas raffinierter, was das Spielerische angeht. Hier wird viel von Glück bestimmt, was gemacht werden darf. Die Optik und Haptik ist dabei aber sehr gelungen und von den kleinen Spielern wird auch eine gute Merkfähigkeit verlangt. So ist Coco Crazy sicher nichts Neuartiges mehr aus heutiger Sicht, aber Spaß macht es vor allem den jüngeren Kindern im Vorschulalter immer noch. Wenn gleich Christoph nun nicht alle Spiele der 90er als Neuauflage herbeisehnt, so findet er Coco Crazy doch immer noch kurzweilig genug, um sieben Kultpunkte zu verteilen. In Evergreen lassen wir einen Wald entstehen. Dafür besitzt jeder einen eigenen Planeten. Samt Sonne, die in jeder der vier Runden ihre Position wechselt und somit die Lichtverhältnisse für unsere Bäume beeinflusst. Doch zunächst erhält jeder also ein Spielertableau, das den Planeten zeigt. Durch eine taktische Auswahl der Biomkarten bestimmt er den Bereich, in dem er eine Aktion durchführt. Vier Aktionen stehen zur Auswahl, wobei es immer in verschiedenen Kombinationen darum geht, Setzlinge anzupflanzen oder sie in kleine und später größere Bäume anwachsen zu lassen. Außerdem liefert jede Karte eine Fähigkeit, eben wieder wie das Anwachsen von Bäumen oder zum Beispiel das Platzieren eines Sees oder Strauß zur Waldoptimierung oder eine Knospe für schnelle Punkte. Die Fähigkeiten steigern sich immer mehr, je öfter ihr sie wählt. Nach jeder Runde, also einer durchgespielten Jahreszeit, gibt es eine Sonnenwertung, die von der Sonne ausgehend Bäume bewertet, die im Licht beziehungsweise Schatten stehen. Und es gibt eine Waldwertung für Pflanzen im größten zusammenhängenden Wald. Am Spielende gibt es zudem noch extra Punkte für große Bäume in jeder Landschaft, entsprechend der angesammelten Fruchtbarkeitssymbole auf bei der Kartenauswahl nicht ausgewählten Karten. Lutz fühlt sich direkt an das gut fünf Jahre alte Spiel Photosynthese erinnert. Thematisch ist das tatsächlich sehr ähnlich zu Evergreen, es ist ja auch vom selben Autor. Während man in Photosynthese noch auf einem großen gemeinschaftlichen Spielplan die Bäume taktisch klug wachsen ließ, um ihnen Licht zu bescheren, spielen wir in Evergreen nun solitär auf eigenen Spielawards. Somit fuscht einem niemand mehr ins Handwerk und das Belegen des Spielplans stellt dennoch eine sehr reizvolle Puzzleaufgabe dar, die immer an die verfügbaren Karten angepasst werden muss. Die Idee, dass sich Fähigkeiten steigern, wirkt belohnend, insbesondere auch im Spiel zur Viert, wenn der Kartenstapel ein zweites Mal durchgespielt wird und so eine Art Deckbuilding entsteht, um da nicht ausgewählte Karten ja bis zum Spielende für die Fruchtbarkeitswertung beiseite gelegt werden. Die Fähigkeiten scheinen recht ausgeglichen zu sein, einzig die Knospen-Option konnte Lutz nicht wirklich überzeugen. Oder wie schreibt er so schön in seiner Rezension? Knospen sind für Loser. Na gut, etwas übertrieben, aber sie wirkten auf Lutz einfach weniger attraktiv. Das Spiel bietet eben durch die Kartenauswahl, dann doch noch genügend Interaktion. Wer das Spiel bereits gut kennt, kann anderen Spielern auch bewusst Möglichkeiten wegschnappen. Lutz gefällt auch die Ausstattung des Spiels sehr gut, sodass er insgesamt sehr gute acht Kultpunkte vergibt. Eine deutsche Version des Spiels wird bei Heidelberg Games erscheinen. Wenn ihr gern noch einmal alles nachlesen möchtet, was ich euch gerade erzählt habe, dann empfehle ich euch unsere ergänzenden schriftlichen Testberichte auf unserer Webseite. Ihr kennt ja die Adresse. Und auch in dieser Woche wurde bei uns wieder viel gespielt, zum Beispiel die Neuheit Weather Machine. Diese Erfindung serviert uns Vita La Serla in seinem neuesten großen Strategiespiel, in dem wir zu Wissenschaftlern werden, die das lokale Wetter kontrollieren. So können wir der Landwirtschaft mit steuerbaren Niederschlagsmengen helfen, die Temperatur für Urlaub und Sportevents anpassen. Wir können für klaren Himmel und Wind sorgen, um die erneuerbaren Energiequellen zu stärken. Doch die Maschine hat sie ihren Nebenwirkungen an Stellen der Erde, wo sie die Menschheit gefährdet. Also ist es unsere Aufgabe, alles korrekt zu steuern. Mit Bots, mit Chemikalien, aber auch mit dem wichtigen Faktor Zeit. Ihr seht hier die Kickstarter-Complete-Version des Spiels. Die deutschsprachige, immer noch sehr kostspielige Retail-Version ist ab sofort bei Skellig Games erhältlich. Coffee Traders, ebenfalls frisch auf Deutsch bei Skellig Games erschienen, nimmt uns mit zurück in die 70er Jahre. Wir bauen in den verschiedenen Regionen der Erde Kaffeebohnen an, ernten sie und verkaufen unseren Kaffee auf dem Weltmarkt. Wir errichten Gebäude und beteiligen uns am Fairtrade, treffen Preisvereinbarungen, nehmen manchmal auch Kredite auf, um neue Plantagen zu erschließen und die Lebensqualität der Familien, ja der Gesellschaft und der Umwelt zu verbessern. Twilight Inscription ist ein komplexes Roll-and-Ride-Spiel im Twilight-Universum, in dem jeder die Rolle einer der 24 Fraktionen übernimmt. Ziel ist es durch taktischen Einsatz der Würfel und Synergien auf den vier großen mit abwischbaren Kreidestiften beschreibbaren Spielertafeln, technologische Überlegenheit, wirtschaftliche Leistung und militärische Macht zu demonstrieren. Ereigniskarten führen zudem dazu, dass jede Partie anders verläuft. Während das große Strategiespiel nicht selten Spielzeiten von 8 Stunden einforderte, ist das Roll-and-Ride auch in 2 Stunden zu schaffen, klar, für einen Roll-and-Ride immer noch episch, aber das steht auch so auf der Schachtel. Eine Rezension folgt. In Dog Park gehen wir, kurz gesagt, Gassi. Na gut, etwas ausführlicher. Wir bewerben uns um Hunde, die wir ausführen und glücklich machen wollen. Um neue Hunde aufzunehmen, bieten wir mit Siegpunkten. Jeder Hund hat so seine eigenen Vorlieben und die wollen wir ihm bei einem Spaziergang natürlich erfüllen. Da gibt es Leckerlis, da heißt es, hol den Ball. Der Spaziergang durch den Park will in dieser spielerischen Mischung aus Set-Collecting und Point-to-Point-Movement aber gut geplant sein, damit uns die Zufriedenheit der Hunde gute Bewertungen als Hundeausführer einbringt. Nicht ausgeführte Hunde hingegen führen zu einem Ansehensverlust. Ach, Cora, du gehörst doch gar nicht in dieses Spiel. Na komm, unter dem Weihnachtsbaum ist es doch eh viel gemütlicher. Apropos, mein Hund war es nicht. Ach, gar kein Hund dabei. Na gut, dann war es eben meine Katze nicht. Dafür der Hamster. Im Flottensparspiel Krasse Kacke schieben wir uns gegenseitig die Schuld für die Haufen in der Wohnung in die Schuhe. Wer als Erster die aufgerufene Karte von der eigenen Hand in die Mitte spielt, darf das nächste Tier beschuldigen. Immer mit dem Ziel, so flink zu sein, dass alle eigenen Karten von der Hand verschwinden. Das Spiel ist bereits im Jahr 2018 erschienen, aber auch heute noch immer wieder ein witziger Gast auf unserem Spieltisch. Ein Spiel, das auch in reinen Erwachsenenrunden für Chaos und Lacher sorgt. Und falls ihr euch jetzt über das Känguru wundert, das in eurer Schachtel nicht vorhanden ist, das sind Promokarten. Kurz vor Weihnachten gibt es bei uns dann noch eine etwas verkürzte Testwoche mit Rezensionen unter anderem zum Zockerwürfelspiel Mountain Goats und zum winterlichen Roll and Ride Riverside. Alle News gibt es auf Facebook, Twitter und Insta natürlich auf unserer Webseite. Wir sehen beziehungsweise hören uns dann noch einmal kurz vor dem Fest. Bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.